Musik Wenn ich euch kenne würdet ihr schon losfahren Hä? Wo bist du hin? Du hast dich grad im Kreis gedreht, jetzt bist du weg Was? Was? Wo denn? Ich war bei SIE ich bin doch hier noch ich sehe dich nicht hä? ok siehst du mich? nein ich bin der Blockborder ok warte 1238 ich komme jetzt genau zu 1238 ich ran dich oh gott ok auf gehts 400 Meter noch 400 Meter du kannst 400 Meter wegfahren ich ass euch ey die können wir warten auf dich er macht das ja leider nicht was? ach mano warum müssen wir denn warten weil ihr jetzt könnt und müsst guck mal da ist Bambus das ich mach dich doch zuerst gegen die Wand fahren geht nicht bam das wollte ich machen oh ne oh hier ist es schwer ich sage mit Trelle zu halten oh hoffentlich finde er nicht hin 300 Meter ja komm mal 300 Meter kannst du noch flüchten Niklas entscheide dich nein ich kann so nicht guck mal hier warten ich habe sogar ein Boot also hier ich muss noch keins craft nicht ver- krach man ich will aber kein eigenes Boot nein hier fährt jetzt nicht los warte kann man kann man irgendwie drauf stehen warte mal ja ok ich bin grad auch beim Berg 106 hallo kannst fahren aber ich fahre jetzt du bist der Fahrer ok ich habe nicht so ein großes Brotanko mehrere drin sitzen können wir haben so ein richtiges Segeschäft immer noch ein bisschen ich bin ich bin ich bin Reichtum ich bin der Mann für alte Kämpfe ich habe da ist sie dass sie dass sie sich der Piraten ein Worte ja ja irgendwo auch die größten Schatz der Welt versteckt Wiederschaften also wieso sich der Boot mein Brot singt einfach für mich war ich nicht und wir sind nicht aber warte wir sind auf dem Berg drauf ja wir sind über dir wir sehen sich ja das Werkbank da oben sind wir wir sehen den wir haben wir können steigen sie ein ah danke du musst dein eigenes Boot haben nicht das ist meins das ist meins alles ich habe ja Kontrolle verloren oh Gott wir haben die Kindheit auf zickzack wir finden einen ganz schönen Ort und dann können wir uns einen schönen Ort auf der Suche nach einem Wunder der Versuche nach einem Wund Peace hier bauen ein blaues Haus in groß und blaue der chocolate nicht oh guck mal da ist Land da kann man kurz gucken oder nicht hier da habe ich kein bisschen da sehe ich kein bisschen kreativität hinter da kann man nicht kreativ sein ne da kann man nicht kreativ sein da kann man höchstens wenn die Kindheit die Chance haben bei mir einfach nicht hier ist einmal Karotten und kann ich gar nicht für dich auch gar nicht mein Boot ist der dritte er hat die gedruckt E D D das habe ich schon mitbekommen sowohl die unwichtigen News weil weil nein nicht das weiß nicht ich habe drei hungerbalken das sind Karotten äh das sind äh bambus ich habe bambus ich auch ich habe ähm oh Land Bambus drückt mal F3 wie weit weg wir sind vom Patrick weil wir was wissen bei Z äh Z bin ich 6000 ja das ist eine ganze Menge ich habe 8000 Blöcke entfernt mit nur zwei Feldern das ist ja mal wirklich das Optionen Grafikeinstellung vielleicht finden wir das Ende von Minecraft hey ist noch hinter uns wartet etwas ja 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 guck mal da ist unser Mann ein was da wo ich schon guck äh guckst ne ach da vor uns nein wir sind im Wasser okay oh ja kann lass uns sein und ich liebe es aufhanden in dieser Wand die sind immer so heiß ich mag keine heißen Orte in Minecraft Orte nicht Irte siehst du hier Kreativität noch nicht so richtig aber ich sehe hier ein Punkt wo wir landen können hollanden wir sind jetzt noch nicht zurück Entschuldigung hast du vielleicht etwas Essen für mich ich habe Essen gib mir Essen leg dich mal hin Patrick du auch ich kann gerade essen Alter du fettes Kind ich gebe dir kein Essen ja warte warte hier äh Karotten kann ich schlafen machen wir sind ja ja nimm seine Karotten ja kein ja so ok warte hallo hallo natürlich nicht so aber es ist Tag 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 guten Tag guten Tag guten Tag Servus Niklas ich habe ein Geschenk für dich oh was denn warte warte hier scht 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 Niklas wir Geiern hallo nein das ist so für Niklas er schneidet sich ein komm 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 das ist doch nichts anderes aha ne jetzt gehe ich weg ich baue mich jetzt ein und vor einer ich habe nichts er hat wieder gib ihm mal wieder auch ein Schiffmann ja man danke und er kriegt eins woher vor Ort wird wird nur noch schon wieder Ende auch nie da geht weiter jetzt in den Gelände ich bin froh bei der Wirtschaft und klaut zum Stein kann man so nix in der da bauen ne blöd ja nicht ja nicht ja nicht niemand er muss muss auch einen coolen Punkt finden können hier in dieser Welt von äh wann sind langweilig ja weil ja wann ja ich weiß da waren sagten echt ich weiß weil hier ist überall hohes Gras hier ist hässliches rotes Holz und Wüste kann ja auch Kaktus klauen ich mag Wüste weil gibt es einen Tempel ja schön kann so ein Tempel suchen Kaktus ja man wenn wir einen finden unten auf die Druckplatte springen ja dann gibt es Diamanten ich will aber kein ja man schlagt ihr euch nein ich hab so ein psch psch gehört oh geil wir haben uns aber eh schon eine lange Reise hinter uns Tyronex ist einfach die ganze Zeit allein ja weil wir wä hard Sicher dank ich bin ich habe einehause ich hab meine Bilder freundlich hier oder En ranking in der Wüste wüstenhausen Wüstenhausen was hat tutaje Hasen D Deckel Das wütliche okay ich möchte die Therese wir teilen es uns auf in der Mitte runter schnell in der Mitte hier ist nix drin hier ist einfach gar nix drin in die Mitte doch hier ist ein bisschen drin okay also Eisen haben wir erst mal dann haben wir eine Sache eine Pferderüstung und einen goldenen Apfel ein verzaubertes Buch mit Verbrennung und ein verzaubertes Buch mit Köder 2 Jo Köhler 2 aber kommt ja das Meereszyk deswegen der Beküter zuhause und seitdem Kinder haben Kinder haben glaube ich der rote Augen alte Wache der Angriffen der Angriff den Seilbrot ist das die haben die Hoffnung gebraucht er wird es weiter ich habe die Krise Sante Sante Regen Prozent er muss hat jetzt wirklich hier hier aber ich bin ja erfreulich hat doch versuch wir haben nur nette hier ist ja hier ich kann es sein dass kann es sein dass hier nur wüste ist was noch ein boot machen ich hab ich hab mein boot noch ich nicht hat der fünf holz ich finde es hier schön wegen den kleinen inseln dann kann sich jeder auf eine insel setzen ja und hier ist überall sand nein auch so eine zicke sind wenn sand im schuh bleibt ist nicht so schön habt ihr holz vier stück brauchen wir ein habe ich hab mir viel geben ja warte ich was ist und bin euro danke danke du bist vor abwürdig sind diese steuerung ok oder entnissen und der nix bringt sie aber zu dem zölten aber was das bringen wir echt gar nix oder an das bedeuten oder so eine geschichte ein wirklich nichts die gespornen zu werden zweiter wird die über ist eine scheiße ich denke ich habe ich will das ist was am kleinen kindern anzumachen da hasse ich nicht diese gebirge reichen für schön ich mag halt nur nicht diese dieses braune gestein da drin sie dass ich scheiße dieses granit er hat das kann die mit einem die haben jedes zugefügt das ist so auch benutzen das bitte ich wäre ja wer ja ich halte die flasse ich nutze auch an die bieten die uri schützungen deo naja das muss mir ja gar nicht das gibt es auch übrigens ja die uri dann kann ich jetzt auch er gibt es gibt es wirklich gibt es ja das sind nur Kantensteine nee mein gift denkt sich blöcke aus ja ernst so ein gedauern so im wohnen das gibt es dann gibt es wirklich aber auch gar nicht wenn ich es nicht wie leid und stein und das gibt es wirklich also ist ja so ein Betrug ist ja das am erdkern dieses gestein es gibt so wirklich nicht unbedingt also schon so unter die unter die erne steinschicht verschillt war noch nicht nicht schön denn wieso Piraten nahe Körner so zu schützen irgendwo mehr waren also nicht und wie sie jetzt wo wir auch unsere Häuser drauf bauen können ja ja so was in der Art wirklich nicht nur die Eidbeer zu töten ich bin nein kein Geist der Hauptsache bestätigt die Treppe übrigens Diamanten er kommt Lachs Land in See ich hab gerade eine Weise gemacht hier sieht schön aus meiner Meinung nach nicht so weil sie haben die Erkrankte auf die Flächen und nicht so eingebaut da hat man irgendwie kaum Platz aber ich fand die Idee mit dem Schiff ganz schön ihr müsst schon euer Boot mitnehmen warte ich baue es ab oh ich find's hier schön hier? ja und hier ist die freie Fläche für Anakin ja hey kann Anakin sein Ei legen ja ja um hier mit meiner Krantfläche zu finden ich meine so frei soll das jetzt auch nicht sein keine Ahnung hier gibt's halt irgendwie ziemlich viel deswegen halte ich das für ganz gut ja hier gibt's halt alles nein es gibt kein Dach auch okay ich baue hier dann hier ich baue da ich baue hier okay dann baue ich baue direkt dort auf der Fläche gegenüber ich baue da wo die kleine Erhöhung ist wenn sie diesen kleinen Berg in dir sieht wenn sie es sieht ja ne ja ich baue hier hin mit Ausblick zum Meer ich baue ich guck mal auf der Entsicht hier irgendwo ob da was ist wo ich bauen kann haben wir endlich geschafft ne nach wartet mal kurz was 55 Minuten also ich bin schon 50 als ob du schon 55 aufnimmst doch tatsächlich ich achte jetzt nicht ich hab noch kein alles mit auf ja irgendwas muss ich doch bringen ich hab ein gar nix schön das ist schön das ist traurig ja man jeder hat das Recht auf der eigenen Wohnung jeder hat das Recht auf eigen tun und nach 48 Minuten Aufnahme deckt sich auf dass ich auch aufnehme oh Gott die Zuschauer haben auch kein Essen aufgefunden ja echt und was welche Zuschauer alle null ich hab 600 Abonnenten ich hab Zuschauer ja 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 wie viele ist davon schon in Videos ich hab alle Hello darkness my friend ich hab Schwerden Ich hab Schwerden total griffy weggehen will ich da schlafen wegen wenn er will nein ok ich ich hab' bekommen die Erkurschen Kassbund er hat die Weile uns hat den Ort schlafen den Wurter gut bescheid ich bin dabei ich sehe ich so was ich Bauer einfach mal zu Bauhaus Album markt hake baumarkt oder wen habe ich denn hier gefunden was hast du denn da gefunden ein baum hast du zwei wolle also ich liege schon kann wir können können sie jetzt das ist sogar ein bisschen mehr hast du drei holz ich stehe jetzt wieder auf nämlich die lege und vertreten ich schlafe jetzt auch provisorisch und schließlich in mir lektor gewinnt wenn ich nicht nehmen die schlafen will oder ein jetzt aber nicht gleich in die wir hatten nach dem Abend ich lege auch ich will mit dir kuscheln Janik bis zum Plüschbären bis einmal kuschelig mehr als Spaß ich bin eine kleine Maus Europi Kultus und auslaufen macht in der Natur viel zu tun wo und jetzt zum Beispiel denn was ich mal lieber aus Stipp du scheiß Kuh oder ein Schicht daneben doch keine bösen Wörter die Anliegen 8 8 eine Wolltwein die Tüte die Tüte die Erkehrs-Mannungsfreiheit Top 10 Top 10 er hat die neue B-Auf da sind Kripp an und zum nächsten gut 10 10 weil er dieses Geld die Kurs drei Kilometer entfernt werden und Schuhe aus ja er möchte keine Errungenschaften kommen ich glaube aber auch hier wurde ein großer Bär die Bär die Böpfe hier und dort und überall sie sind will ich da wenn du sie brauchst das sind die Gummibären die Gummibären scheiß heute die Gummibären Bande das waren Zeiten die Baumwohnen die wohnen doch nicht im Baum die war doch in der Erde wie klasse ist eigentlich noch in der Skype Gruppe drin wie so eine Skype Gruppe vom Klang glaube ich oder so ich bin da noch drin ich bin da aber auch nie rausgegangen ich auch nicht aber mein Scabber kommt wohl glaube ich direkt ich kann mich zumindest nicht anmelden das ist unpraktisch ach nee und gibst du den Leuten dein Passwort habe ich auch keine Schmerzen man sagt nicht Lappen zu großen YouTubern ich bin 600 Abos schwer ja und meine Zuschauer sind richtig dick also richtig schwer also richtig schwer also richtig schwer